Ja, wir sind bei Winternam. Das ist also Kerke, Neukerk am Niederrhein. Die Bauerschaft Winternam liegt also mehr bei Neukerk im Kreis Greve. Da sieht man also hier, wir machen gerade eine Radtour, sieht man also hier der Korn wächst langsam schon wieder. Und Lucia sitzt da schon und pflegt sich ein. Lucia, du kannst auch Winternam, ne? Was hast du da gemacht? Einen Kurs, ne? Mit Holz, ne? Hast du ein Zertifikat gekriegt, ne? Mit Holz, aha. Dann haben wir hier, ach guck, ja. Ist ja wunderbar hier. Winternam. Kreiskleve, gehört zu Pullack, Barstong, Neukerk, ist alles so in der Nähe von Aldekerk. In der Nähe von Geldern, wir sind jetzt mit dem Fahrrad von Geldern gekommen, Kreiskleve am Niederrhein in Germany. Da, alles schön sauber hier noch. Tippe, tappe, tippe, tappe.